Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem abgefahrenen Sommer. Wir sind zurück in Berlin und deswegen gibt es heute eine Special Episode. Heute kein Host, weil ich bin Berlinerin, deswegen müsst ihr euch mit mir alleine zufrieden geben. Ich zeige euch heute ein paar meiner Lieblingsorte hier in Berlin. Der Kühlschrank ist auch sauleer, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal was essen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir waren jetzt hier gerade in der Space Hall, meinem liebsten Plattenladen in Berlin. Ich habe auch was gefunden und jetzt gehen wir zum Falafelladen meines Vertrauens. Num num num. Wir sind jetzt hier in Neukölln und laufen zu Hase in der Weisestraße. Da kann man sich Skateboards und Gitarren und auch Fotokameras ausleihen und da hole ich mir jetzt ein Longboard und dann gehen wir aufs Tempel vor Feld. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt nicht so der Pro, aber ich übe sehr gern auf dem Tempel-Ufer-Feld, da ist alles richtig schön glatt und jetzt kommt auch noch mal die Sonne raus. Für Workout ist auch gut. Meine Reise ist hier in Berlin nun zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe euch gerne noch mehr gezeigt. Vielen lieben Dank auch an alle Hosts, die mitgemacht haben. Es hat mir so viel Spaß gemacht, neue Leute kennenzulernen und mein eigenes Land ein bisschen zu erkunden. Für euch ist die Aktion aber noch nicht vorbei, denn ihr könnt ab dem 12.8. für euren Lieblingshost voten. Der Gewinner bekommt die Bahnkarte 100 und das Ganze findet statt auf www.meinabgefachener-sommer.de Und damit verabschiede ich mich von euch. Ciao, bis bald. Habt noch einen schönen Restsommer. Tschüss.